Tag 3, Videodreh im Heartbeat Spain. Wir sind jetzt durch. Ich bin abgeschminkt. Sie war immer noch genauso beschissen aus, als wer geschminkt war, als Toter sozusagen. So fühle ich mich auch. Und es wird gut. Ich möchte mich jetzt auch hier mal in aller Form allen bedanken, die da mitgewirkt haben. Sprich Regie, Schauspieler, Make-up, Techniker, Helfer, Caterer. Wir haben hier natürlich eine 500-Millionen-Dollar-Produktion hier fahren und deswegen wird das natürlich gut. Und wir haben auch draußen noch einen eigenen Bus zu stehen. Also jeder hat seinen eigenen Bus hier draußen. Und ich bin froh, dass die Plattenindustrie immer noch so viel Geld für uns Künstler ausgibt. Das ist echt geil. Also ihr könntet Fertiprodukte in ein paar Wochen sehen. Und ich hoffe, euch gefällt es mindestens genauso wie uns. Und sonst hat es allen super Spaß gemacht. Und ich denke, da kommt er noch rüber. Ich hoffe es. Und in diesem Sinne schaltet ihr jetzt aus und ihr pennen. Macht's gut. Ciao.